Wie würden unsere Freundschaften, unsere Familien und unsere Gemeinden wohl aussehen, wenn wir so wie Jesus handeln würden? Können wir nicht auch in unserem Streit, in unserem Ärger ein Zeugnis für Jesus sein? Genau das ist doch auch, wodurch Jesus seine Botschaft weiter verbreitet, indem Christen sogar ihren Feinden in Liebe begegnen.